Ja, mal was ganz Neues. Kalorien verbrennen, Treppe laufen. Kommen Sie mal mit. So, Halbzeit. Jetzt ist auch der erste Automatenburger weg. Kalorien sind runter. Ich denke, das können wir öfter mal machen. Kommen wir wieder runter. So, laut Purwinscher Kalorientabelle haben wir jetzt ungefähr den ersten Schießbürger weg von den Hüften. Das machen wir jetzt noch einmal, ne?